Jörg Schieb, Jahrgang 1964, ist WDR-Digital-Experte und Autor von 130 Fachbüchern und Ratgebern. Schreibt im Artikel zur KI-Binale in Essen im Jahr 2022 davon, dass durch die KI viele Arbeitsplätze bedroht werden. Wenn Jörg Schieb doch laut eigener Aussage ein Experte in diesem Gebiet ist, warum wird in diesem Artikel nicht das bedingungslose Grundeinkommen erwähnt, so wie es einige andere nicht-populistische digitalen Experten machen. Was denkst du? Teile deine Gedanken unten in den Kommentaren.